I just wanna stay Is all it will take We'll go down in history Remember me for centuries Hey 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 Ciao und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video Heute mal wieder auf der japanischen Version Von Dokkan Battle Irgendwie sieht mein Mikrofon gerade komisch aus Ich hoffe mal das geht alles mit den Sounds später Und zwar Habe ich ja vor kurzem einen physischen Neogottanks Duke bekommen Und habe da glaube ich mal so nebenbei angemerkt Dass ich das mal gerne testen möchte Jetzt das Team da ich ihn jetzt auf maximale Supertech Deswegen gebracht habe Und hier sind wir in einem ersten kleinen Test Video Zum physischen Gotthanks auf der Demigott, die der Stage des Boss Rush ist Weil ich einfach denke dass die anderen Stages für mich ein bisschen zu Leicht werden oder zu schwer ich glaube das hier wäre Die perfekte Stage mal so für den Anfangstest Und wir starten jetzt auch direkt rein In den Kaioken Goku Und weil mir aufgefallen ist, dass Leute meistens nach den Events direkt abschalten Und sich die Abmoderation gar nicht mehr anhören Wäre ich das wahrscheinlich jetzt schon früher erwähnen Wenn euch das Video dann gefällt könnt ihr ja gerne mal Ein Like oder ein Abo da lassen Oder beziehungsweise nur ein Abo falls ihr dann neu seid hier Weil das kann ich gerne schon mal früher erwähnen Weil ich merke ja das Leute schon früher abschalten Nur so nebenbei Muss euch aber nicht stören Wird keine große Änderung sein Gut hier haben wir direkt meine Neogotttanks Damit ihr euch schon mal dran gewöhnen könnt Der ist schon ganz gut ausgebaut würde ich sagen Ist halt rechts unten lang geduped Und hat deswegen 8er Chance auf Additional 9er Chance auf Crit Ich würde sagen das ist stabil Leider habe ich hier gar keinen TOR Link in dieser Runde Aber das ist nicht schlimm Ich brauche 3 Ki eigentlich Werde ich nicht kriegen Dann nehme ich die 2 Ki Ich werde die beste Super kriegen Die möglich ist eigentlich Aber Ja Diesen Goku würde ich gerne Dokkan Awaken Aber es ist leider so schwer Weil er wenn ich mich nicht irre Die von Battlefield braucht die Medaillen Und die so schwer zu bekommen sind Aber ich liebe es eine Art Wenn er Dokkan Awaken ist Es ist wirklich ein mega geiles Art Ich hoffe mal das mit dem Mikro klappt alles Ich sitze heute näher dran Und versuche es ein bisschen mit der Qualität hoch zu bringen Ich habe gerade nicht allzu viel kassiert Das ist echt nice Obwohl ich ja meine eigene Defense glaube ich schwäche Wenn ich mich nicht irre So Barok hat es beendet Natürlich wäre hier der physische Super Saiyajin Gotenx Eine optimale Einheit Aber den habe ich auf JP leider nie gezogen Ich muss mal kurz den Immulator höher ziehen für mich Den habe ich leider nie gezogen auf JP Weshalb ich ihn nicht benutzen kann Auf Global würde ich also ein viel besseres Team zusammenbauen können Aber Ja können wie gesagt nur Wie viele Ki brauche ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 Ki wäre perfekt 1, 2, 3, 4 2, 4, 5, 6, 7 Dann nehmen wir die hier einfach mal mit Aber dafür habe ich einen coolen Op-Changer Der mir manchmal zu verhängen ist In solchen Fällen Weil ich jetzt leider zu viel Ki halt hatte Aber im Großen und Ganzen Es ist kein perfektes Team Zum Beispiel wenn ich den Gotenx hätte Würde ich ihn direkt mit dem Bardock tauschen Und wer war noch gut zum Tauschen? Eine super physische Einheit Die noch gut war Eieieiei Das war gerade der Friend Gotenx Der einfach mal One-Hit rausgehauen hat Mit einem Critical Hit Das war ziemlich stark Okay Ich habe auch hier jetzt die Eventmusik Und die Charaktermusik angemacht Ich hoffe Also ich habe oft Musik hinterlegt Aber ich glaube das ist einfach mal ein bisschen schöner Wenn man die Attacken auch mithört etc So jetzt hat er natürlich mit Vegeto den Link Das ist einerseits gut Weil TOR jetzt vorhanden ist Andererseits jedoch ziemlich kacke Weil ich so nie auf die Eleven Key komme Es geht halt einfach wirklich nicht Weil die Links die sie haben zu krass sind Das ist ein kleiner Nachteil beim Neo Gotenx Aber Gut gut Leben ist hart 1,48 Millionen ist trotzdem eine Menge Schaden Und wenn ich bedenke Dass ich halt eine hohe Kid Chance habe Oder eine Additional Werden wir sehen Komm 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 Nein aber eine Nein auch keine Additional Das war jetzt ziemlich enttäuschend Und 60.000 kassiert Au Ich wollte eigentlich ein 100% Vegeto Showcase heute machen Leider habe ich kein Vegeto gefunden Heißt ich mache einfach ein nicht 100% Physisches Team Showcase Ich wollte das allgemein mal machen Jetzt von den Teams Ich war ein bisschen faul die letzten Tage Gebe ich ja zu Aber ich will wieder ein bisschen mehr So einfach Events Showcase Teams Showcase und Charaktere Einfach mal ein bisschen zeigen So Au die Eleven Key Ah ich muss aufpassen Der Typ kann echt Schaden machen Das ist eigentlich noch nicht mein erstes Highlight Im Einsetzen Ich werde aber das hier einsetzen Das müsste meine Defense einfach ein Stück erhöhen Das wird hoffentlich genug sein Trunks ultet eh Den Trunks mag ich eigentlich auch ziemlich Der ist gar nicht bad So und die sammeln wir ein Beim Goku habe ich vergessen was er kann Oh natürlich direkt eine Ulti Ich hoffe das ist nicht allzu viel 71.000 Ja überleben müsste ich trotzdem 1,7 Millionen Ist ja auch die Special Eleven Key Und vielleicht sogar ein Crit Alter Schwede Was 3.425.000er Crit Sag mal wieso Critet denn der GoTanks Von meinem Friend hier So viel öfter als meiner Muss ich mal gleich gucken Ob der eine höhere Chance hat Als ich Wirkt der gerade schon ein bisschen so Ich habe auch überlegt Ob ich mir ein neues Mikrofon kaufen sollte Also Meins ist nicht schlecht Aber es geht natürlich immer besser Ich würde mir gerne mal sagen Ob ich die Qualität jetzt so Ob ihr die okay findet Ob sie euch stört Oder Ja wäre ganz nett So jetzt mal kurz gucken Friend GoTanks Tatsächlich Er hat eine höhere Crit Chance Ich verstehe es nicht Aber er ist schlechter Im Dupe System bearbeitet Mysteriös Habe ich meinem vielleicht Noch nicht alles gegeben Kann ich ja mal später checken So jetzt darf Vigeto an erster Stelle Weil er kontern kann So schön Ähm Ja Frieza sollte direkt töten Mit Konter und Attacke Muss ich aber natürlich auch heilen Shit 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 Dann greife ich ihn an Auf dich Und Goku darf dann Mal gucken was so üblich bleibt Ja es ist immer so schwer Wenn Oh scheiße er ultert Immer so schwer wenn viele da sind Zu überlegen Wer könnte schon sterben Wen greife ich am besten an Ja Er war One Hit Das war klar Jetzt ist Frieza hoffentlich auch One Hit Aber ich glaube das muss reichen Nein hat es nicht Na Gott sei Dank macht er Additionals Gut Kurzer Cut Beziehungsweise kurzer Mute Weil Selbst wenn dieses Schild An dieser Tür hängt Das ist einfach Das steht ganz groß drauf Streamen oder Aufnahmen Oder sonst was Schaffen es Leute trotzdem immer wieder Zu denken Hey Genau jetzt platze ich rein Selbst wenn sie abgeschlossen ist Oder so Und dann auch schön reinbrüllen Ganz laut Entschuldigung Man statt einfach so bei Dem beruhen zu lassen Nein das ist Danke 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 einfach danke Gott wie ich Menschen die wir die nicht lesen können Ähm Was war das so ein Geräusch alter Keine Ahnung was das war Ähm Hier kann ich jetzt die normale Oh er lebt sogar noch Ich hätte gedacht ich habe gerade alle besiegt habe Also ich habe hier hingeguckt Hier muss ich auch wieder die Attacke einsetzen leider Selbst wenn ich weniger Keelings habe Und ich möchte Bardock in der Rotation behalten Auch wenn ich auch wenn ich auch wenn ich auch wenn ich verdiene den tor link aber ich kriege Sealen Ja ich glaube ich will mein Ziel aber halten Ich stehe halt auf Sealen Das Problem ist ein bisschen an einem monophysischen Team Der Damage Output kann halt ziemlich enorm sein vor allem wenn ich Vegeto Blue auf Supertack Level 10 hätte dann hätte ich hier wirklich einen sehr guten Damage Output Aber ich habe weder irgendwelche Heiler in diesem Team Noch gibt es große Tanks Also das beste was man an Tanks hat ist halt Vegeto Blue Das ist aber wirklich nicht gut halt Da er ja nur bei normalen Attacken tankt und dann auch nur zu 30% so diese Die er hatte Wir haben keine guten Tanks in Mono Superteams von physischen Einheiten Und wir haben auch keine guten Heiler wenn ich mich nicht irre Aber die Supporter waren ganz gut Ich möchte gerne den Wer war denn das Wer war denn der physische Supporter gerade Fuck Ich glaube so offiziell haben sie noch nicht rausgehauen wie bei STR und so jetzt aber Ich glaube der Gohan Der Gohan hat nur sich selbst unterstützt Es gab eine Pan die Supporter tat auf jeden Fall sehr gut Ich glaube die Ne die habe ich auf Global Ich weiß nicht ob ich sie auch auf der japanischen Version habe Dann kann mein Gotenks jetzt bitte mal kritten Das wäre langsam echt Zeit Komm 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 Nein es hat trotzdem ausgereicht Krass Bei einem STR Gegner Hier angemerkt STR Jetzt muss ich den Zieler wieder in Rotation keepen Wie viele Ki brauche ich Drei Stück Die werde ich nicht bekommen Dann mache ich die erste Ulti Ich weiß gar nicht genau was die Unterschiede der Ultis gerade sind Ich weiß noch dass die Eleven Ki die stärkste war Aber genau das weiß ich gerade leider nicht Den Goku Den mag ich eigentlich auch Der ist ja wie der Kaioken AGL Goku Oh ich glaube die Attacke war schwächer als die volle Der wird stärker von jeder Ulti Oh shit der hat überlebt Das ist nicht gut Egal ist die Linien jetzt Der wird stärker bei jeder Ulti Also kann ich mir auch gut vorstellen Dass er eigentlich nicht optimal fürs Team ist Aber auf jeden Fall sehr 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 guter Platzhalter Weit mal sehen wie viel macht er jetzt schon Immer 52.000 Okay das ist nicht so dolle Aber er wird ja jetzt stärker Aber der Attacke Er ist nicht von Anfang direkt krass Und der Wichser lebt einfach noch Dann Das Ach komm der Stück D jetzt Den Trunks Den habe ich glaube ich noch nie Durch die Ulten sehen Wie war das irgendwie auch Ich verliere Wie viel Prozent an Leben Bei einer Ulti Ich denke es war ja auch irgendwie so Dass er sich selbst ein bisschen was absieht Bei der Ulti Ich weiß auch nicht genau warum Man das gemacht hat Ich will mal kurz eine Passive durchlesen Die habe ich damals nie wirklich gelesen Ich habe ihn einfach direkt gesummont Ähm Defense Ja gut Defense minus 30 Prozent Deck plus 60 ab Irgendwie nochmal bei irgendwas Ich verstehe die ganz Nicht ganz Ich kann sie ja nebenbei mal angucken Äh Oh sieht man das Wenn ich Ist Nox jetzt eingefroren Nox ist jetzt eingefroren Okay Was passiert wenn ich es bewege wohl Zack zack Lückt wieder laufen Ich gucke mal nebenbei Was gut hängt Denn so schön es kann Und Ein Bardock muss bleiben Eins Zwei Drei Ah Perfekt Ich nehme an Freezer macht mir nicht so viel Schaden Ich hoffe es einfach mal besser gesagt Und bei schon auf Die siebe Kie gucken was Gotenks denn so cooles kann So du darfst auch ulten Auch wenn es ein bisschen viel Kie war Oh Und schon Wenn das ein Mondet wäre Wäre das super Dann müsste nicht mehr allzu viel passieren Ich habe das Gefühl das game lag Gart ein bisschen Och du scheiße Zwei Millionen Krit Wirklich nur So ich gucke gerade Ähm Immenser Damage Great Delores Defense Massively raise attack For one turn Raise attack for one turn Attack plus 120% Let's start of turn For seven turns Attack plus 60% Also nochmal Okay das ist ziemlich gut Aber dafür Defense minus 30 Das heißt ich werde hier Wahrscheinlich durchgehend Defense minus 30 haben Weil es sich resetten wird Immer Boss rush halt Aber dafür auch nochmal Attack plus 60% Das ist ziemlich gut Zack Aber wo waren dieses mit dem Kostet sich selbst ein bisschen Leben Oh jetzt habe ich eine Doka An Attack Das ist gar nicht cool Naja immerhin kann ich ein bisschen Leben regulieren Die habe ich komplett ausgeblendet Das mache ich voll oft in Events Also wenn ich für mich spiele Nicht Aber wenn ich so Aufnehme Zack Zack Oh shit Ah Scheiße Egal Wo ist denn das jetzt Dass er sich selbst ein bisschen was abzieht War das nicht so Kann auch sein Das ist natürlich irre Sieht so aus Als würde ich mich irren Dann tut es mir natürlich leid Ja besteht nichts Okay Dann tut es mir natürlich leid Ich kann schwören Das stand da Und ein critical auch nochmal Das heißt ich werde mich einmal Komplett voll geheilt haben Das ist perfekt Ja Oh das ist sehr geil Ich werde hier auch Doch doch Ich habe Cell als Gegner Ich wollte gerade sagen Ich werde hier keinen Gegner haben Der große Probleme bereitet Aber Cell ist STR Jedoch ist das ja ein Team Was auf Crit aufgebaut ist Ein bisschen Das heißt da habe ich Lack gehabt Aber auf jeder Version Ob Global oder JP Wird mir ein Vegeto Blue Tube Einfach verwehrt Was nicht so cool ist Aber gut So wieder drei Key Ah schaffe ich nicht Nehm ich die Super Attack Die Unterschiede kenne ich immer noch nicht auswendig Auch wenn ich es mir gerade angeguckt habe Ich habe mir gerade Sorgen Mein Leben gemacht Das ist mir eingefallen Der Doka Maut hat mich voll gehalten Er hält leider wirklich extrem wenig aus Da er nochmal selbst Minus Defense kriegt Das hätten sie nicht machen müssen Meiner Meinung nach Und so hat nochmal Nerven Und so dann glaube ich Er wurde ja nicht genervt Er wurde ja einfach anders und so gedroppt Trotzdem ist das scheiße Finde ich nicht gut Der lebt einfach immer noch Fangschlag ist aber eigentlich gar nicht so schlecht Trotzdem überlebt er ihn Na toll Dankeschön Dankeschön Jetzt fertig Ja ich werde physisch einsammeln Heiler hat Barock muss bleiben Oh 3 Key Das ist super Ja der Die Kacke ist halt Dass der niemals den Teo Erling kriegt Weil er mit Barock gelinkt ist Ich müsste einfach mal Barock Dukan Awakened Ich glaube die Medaillen Die habe ich sogar schon Wieso habe ich ihn denn noch nicht Dukan Awakened Wieso gucke ich mir mal gleich Nach dem Video an Ich wette ich habe die Medaillen schon Uh und eine Edithne Sehr sehr geil Wir haben ja von Natur aus Die Edithne Schön dass einer Aber endlich zeigt Dass er es kann Und mein Handy vibriert Super geil Nichts Wichtiges Ich glaube der Black Wird auch keine große Höre sein Ein paar physische einsammeln Für die Regeneration Den brauche ich eh nicht Zack und zack Ich glaube als nächstes Möchte ich mal Mono AGL Team testen Frage ist jetzt Ob Global mit LR Vegeta oder JP mit Super Saiyan 4 Vegeta Und vielleicht auch beides Leider kein Crit Und kein Additional Der andere lässt Mein Grootengs echt alt aussehen Muss ich sagen Manchmal wünsche ich mir Aber ich hätte den Vegeto Blu Hier auf Super Deck Level 10 Ich weiß gar nicht Wie viele Elderkreise ich habe Ich glaube inzwischen Nicht mehr genug Weil ich ja den Gotenks geballert habe Haben noch eine Dich null Ult Nein oder auch nicht Ach stimmt Mit Gotenks Ult Macht der Attack Boost Geht das für alle? Wirkt gar ein bisschen so Baroks Passive ist nicht an Shit 1, 2, 3, 4, 5 Key brauche ich 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Oh Perfekt Und ich bin mal so Naiv Und glaube Dass er Selbst wenn er ultet Es nicht schafft Nicht zu töten Oh scheiße Ja Ultet vor allem Wirklich Das war knapp Jetzt muss ich ihn töten Sonst killt er mich Pan 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 Ja Okay Puh Ich muss mir auch Sorgen Machen Ob Gotenks Jetzt nicht schafft Black zu killen Aber er hat mich Schon ordentlich Zugesetzt Die 10.000 Spächer nach Für sich Ist immerhin nicht so geil Aber ich muss ja mit dem Items auch ein bisschen Aufpassen Weil ich glaube Cell könnte echt Ein Hindernis werden Cell Juniors sind jetzt Nervig Kein Hindernis Oh Vegetto Bruce Auf dem Feld Weg zum Start Das zweite Heilitem Wird verballert So Ich hoffe mal Die ulten nicht Sondern er kann sie Wegkontern Der wird sterben Auf Und Zack Perfekt Einfach nur nicht ulten An erster Stelle Alle Dann kann ich sie wegkontern Nee der erste Macht schon mal nichts Irgendwie wirkt mir das Spiel Gar ein bisschen laggy Ich weiß nicht ganz warum Ich hoffe mal Das wirkt nur für mich so Im Hintergrund rennert Das könnte daran liegen Das könnte Nice Ich nervte es Dass dieser physische Dahinten nur noch Ein 40 hin daneben hat Ich hoffe dafür Wird keine ulti drauf gehen Schon stirbt Ey jetzt haben die beiden 40 hin daneben Und der agl Wird auch nur noch So ein bisschen üblich haben Das ist einfach Mobbing gerade Einer wird vor allem Überleben Wenn keiner eine Edition raushaut Beziehungsweise Wenn Gotenks Jetzt keine Edition raushaut Sehr geil Er hat doch mich gehört Das ist perfekt Okay Ich dachte ich muss jetzt Noch eine Runde spielen Extra wegen denen Ich trauke hoch mal zu Dass er so ein Cell Junior mit einem Leben wegknattert Und geklatscht Gut Erste Runde Alle weggeklatscht Ich hasse das so sehr Wenn die mit einem HP überleben 1, 2, 3 1, 2 Ja komm Shit So wir sind jetzt Circa fast am Ende Des Videos Aber noch nicht ganz am Ende Das man nicht spüren kann Das heißt wer jetzt noch Done ist kann mal Hashtag of course In die Kommentare schreiben Das habe ich schon Beim Super Saiyan 4 Showcase gemacht Und damit sich dasselbe ist Einfach mal anstatt Na klar Hashtag of course Angelegt natürlich An Nando James Und Rhymestyle Of course You did Aber der kassiert so viel So gerne wer noch da Also gerne wer noch da ist Hashtag of course In die Kommentare Und ich hoffe mal Gut hängst Wasserbärstet ihn mit einem Hit Fast Badop macht so wenig Schaden Und das in einem Neo Team Aber ist auch meine Schuld Ich hab ihn nicht Du kann geragt Das ist jetzt wirklich Mobbing Da ist nix Da ist einfach wirklich nix Oh er hat irgendwie Eine Effektivität Ja er hat einen speziellen Ja er ist einfach Für das Event hervorgehoben Wie nennt man das hervorgehoben Wusste ich gar nicht Beim Cell Event Irgendwas gibt Was mehr Schaden macht Oh ähm Gut da ich noch viele Items habe Sollte ich jetzt hier nicht geizen Weil der Cell kann echt reinhauen Heißt ich werde einfach Den Barber benutzen Weil ich Angst habe Dass er hinten ultet Oder auch egal wo er ulten würde Es würde einfach weh tun Na guck Muss nicht unbedingt ulten Wäre aber schön gewesen eigentlich Und ich hoffe natürlich Auf einen Gotthanks Crit Weil sonst werde ich hier Extrem lang Obwohl nicht extrem lang Aber auf jeden Fall Ein bisschen lange dran sitzen Cell ist nicht der schwerste Auch wenn er STR ist Er hat halt nie Er hat keinen großen Schwierigkeitsgrad Er hat keine große Damage Reduction Er macht nicht so viel Schaden Selbst auf einem Monophysischen Team Er ist einfach nur Da gewesen damals Auch auf Global Haben sich alle beschwert Oh er ist tot Haben mich halt viele beschwert Dass das Event zu einfach war Ist es auch Und er ist einfach One-Hit Das ist wunderbar Das ist damit mein Das meine größte Angst gerade Damit gestorben ist Trotzdem brauche ich länger Für diesen Boss Rush Als ich dachte Interessant Knapp 20 Minuten Müsstens gleich schon sein Ich glaube ein neuer Rekord Das ist also nicht schade Oh der ist physisch Da muss ich mir absolut Keine Sorgen machen Ich mache einfach mal Alle die hier mit Vielleicht physisch mit dem Sonnenberg Ja okay Der letzte Gegner Wird der einfachste sein Das ist halt Vegeta Und gegen den INT Bin ich einfach Im gegnerhaftesten Vorteil Den Skip Da brauche ich nicht Kann ein Crit Glaube ich Um ihn zu One-Hit Gleich Er macht trotzdem In der ersten Hunde schon mal ein Crit Das ist ja ziemlich cool Also Das ist auch so eine Karte Die wäre ziemlich nice Auf 100% Bin ich mir sicher Aber das mit Da würden auch Diese Defense Einbüßungen Obwohl doch Er kriegt ja Prozentual was eingebüßt Würde man trotzdem noch Spüren Das wäre ziemlich kacke Und ich hasse es Dass Leute so laut reden Immer wenn ich aufnehme Ihr könnt mir glauben Die saßen gerade Alle auf der Couch Und haben einfach nichts getan Bevor ich diesen Knopf gedrückt habe Und als ich ihn dann gedrückt habe Kamen halt klopfen Und auf einmal so Hey, lass mal vor der Tritt quatschen Aber ist auch eine kleine Wohnung Das heißt Wenn hier einer schon Wenn einer im Badezimmer Irgendwas singen würde Würde ich es wahrscheinlich hier hören Ich glaube das hört man jetzt gerade auch Ziemlich nervig Vor allem das Egal 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 So hier brauche ich wieder drei Oder Ja Oh ich habe vergessen Dass es ein SDR Gegner wird Mittendrin Ich glaube da setze ich nochmal eine Barber ein Weil ich einfach keine Ulti fressen möchte Die habe ich komplett ausgeblendet Tatsächlich Zack Zack Das reicht aus Oh der Goku wäre so schön Doch wenn er waked Vor allem dieses Art Das ist so ultra geil Das haben die wirklich mega gut hinbekommen Aber warum braucht man Battlefield Medaillen Oder waren es die? Bin mir noch nicht ganz sicher Aber trotzdem ist das unnötig Weil Medaillen die so schwer zu bekommen sind Für einen Charakter Der eigentlich gar nicht so krass ist Nach dem Awakening Was ich gerade nicht gequittet habe Ist ein bisschen kacke Weil ich da jetzt Ein bisschen länger festsitzen werde Als gedacht Und kann es sein Dass Cell mehr kassiert hat Von der physischen Einheit Als der Vegeta gerade Ich habe ihn gestunt Das ist cool Ich habe vergessen Dass der Goku stun kann Das trifft sich optimal So ein paar Aufregeneration Zack Zack Der Goku kommt auch irgendwie nicht dazu Seine Attack zu steigern Aber ich glaube Godtanks Nee warte warte Er muss critten Damit das beendet Würde ich sagen Bitte Scheiße Auch keine additional Dann werden wir hier länger dran sitzen Als ich dachte Cell hat wirklich mehr kassiert Als dieser Typ Kann das sein? Das ist kacke Der macht auch keine additional super Und Goku wird eh gar Kein Schaden austeilen Für dieses Event War ja Beerus und Whis Als extra Damage angegeben Aber es gibt keinen physischen Beerus Und der physische Whis Das ist er Also RIP Oh wieder 3 Gut das dürfte diesmal reichen Fürstet euch vom Mac Daddy of Justice Wieso haben sie den Namen geändert Das war voll scheiße Der Name war perfekt Und Ja Hat gereicht Okay jetzt wird es wieder einfach Wundervoll Vegeta event war im großen Ganzen auch nicht so hart Es war halt besser als Cell Weil es halt mehrere Stufen gab Cell war immer noch so Drei Stufen Wo alle drei nicht so Wurde stark waren Hm Ich habe das Gefühl Ich werde einen Dokamode bekommen Das heißt ich werde Vegeta nicht zum Continent schicken Aber einen Godtanks Zum Dokamode Und noch die Bulma Da ist ein roter Pixel gewesen Selbst mit einer Ulti Macht er mir nicht so viel Schaden Dass er mich töten könnte Bin jetzt gespannt Was der Dokamode macht Ich hoffe ich treffe alles 2900 Ich habe mir die Wienverzeit wieder zurückgeholt Die er mir abgezogen hat Mit dem Item Das Bulma-Item ist wirklich extrem geil Auf Global habe ich davon 600 Ich kaufe ihn immer wieder zwischendurch Oh ich habe alle getroffen Sehr geil Oh das wird jetzt interessant Oh 1,78 Millionen Wenn das jetzt noch ein Quit wird Wäre das Oh das wäre richtig bitter Leider nicht die Eleven Key Leider leider Oho 3.609.960 Schaden Das ist viel Und das ohne Crits Aber mit Dokamodes Und Wir haben den Boss Rush gemeistert Ich werde nur noch schnell durchs Ziel laufen Damit ich meine Zeit halt sehe Ich bin jetzt ein bisschen neugierig geworden Ich schätze einfach mal so auf 20 Minuten circa Sagen wir Ach ich stand ja ein bisschen in der Stage drinnen auch Na kacke Sag mal 22 Minuten Komm schon Spann dich hier nicht so an man What the fuck Geht doch alter Das war nicht mehr normal 24 sogar What the fuck Das ist eng als die Aufnahme läuft Wie geht das Interessant Na ok doch Macht's ja Macht's ja Aber gut Das war es mit dem heutigen Dokam Battle Video Ein kleiner Test eines kleinen Monophysischen Teams Wenn es euch gefallen hat Das doch gerne Ein Like und Abo da Wir sehen uns morgen Bei einem neuen Dokam Battle Video wieder Bis dahin Haut rein Vielen Dank fürs Zusehen Tschau Nobel Und Tschau